Wir machen heute eine 24-Stunden-Pause-Challenge! Ja, Mann! Stopp! 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 Jetzt haust du die Sahne in dein Gesicht rein. Nein! Doch! Denk auf, Bruder! Und 3, 2, 1, los! So, jetzt kontrolliere ich dich! Nein! Laufen! Und jetzt spring rein! Hey, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute ist es richtig krass, denn wir machen heute eine 24-Stunden-Pause-Challenge. Jeder darf einmal die Fairmenü benutzen, dann muss man die anderen abgeben. Und ja, Leontine? Ja? Ich würde sagen, ich fang an. Ich meine ich. Ich fang an. So. Leontine, du bist jetzt auf ganz laut gestellt. So, und jetzt drücke ich die Taste. 5 ist, 5 ist mir richtig los schreien. Yeah! Oh, Alter, das war gut. So, Leontine, dann würde ich sagen, komm, wir gehen mal weiter. Rein. Stopp! Weiter gehen. So, Leontine, jetzt erst mal rein. Und let's go! Stopp! Stehen bleiben, stopp! Arme ausstreiten. Okay, weiter gehen. So, Leontine, jetzt gehen wir erst mal hier rein. Auf den Boden. Drehen. Und jetzt rufen, ich bin ein Seelstern. und eine Seelsternbewegung machen. Schneemann-Bewegung. Hallo, ich drücke da. Und sage, ich bin Schneemann. Ich bin ein Schneemann! Okay, reicht, wieder aufstehen. Leute, das ist ja richtig fein. Die Fernbedingung ist die beste. Ich höre auf alles. So, wir gehen jetzt erst mal weiter. Du bist auf stumm geschaltet. So, Leute, Leontine muss jetzt alles machen, was ich sage. Okay, weiter. Leute, wir sehen uns gleich. Ich muss mir erst mal ein paar lustige Sänge überlegen. Leontine, stumm, du kannst wieder reden. Digga, was soll das? Stopp, stumm, stumm, stumm. Ruhe. Digga, ist ja total nervig. Stummschalten, Ruhe. Weiter herkommen, weiterlaufen. Stopp, stopp, stopp. Nicht bewegen. Ist das lustig. Leute, ich mache jetzt erst mal hier weiter, dann sehen wir uns gleich wieder. Hinlegen. Die Rolle machen, die Rolle. Die Rolle. Ja, sehr gut. Schneemann. Sehr gut. Okay, du kannst aufstehen und weiter. Und du kannst reden. Digga, Marvin, was machst du mit mir? Stopp, stumm. Digga, ist ja nervig hier. So, Leute, wir gehen jetzt mal weiter. Wir sehen uns gleich. Leontine? Ja? Da vorne ist ein Mitarbeiter. Weißt du, was wir jetzt machen? Du nimmst jetzt die Kamera in die Hand und stellst dich vor und sagst immer Hallo. Was? Sagst jetzt immer Hallo. So. Du gehst jetzt zu der Frau da vorne hin und sagst immer Hallo. Okay. Fünfmal. Hallo, ich mache das schon. Geh hin. So. So, Leute, der geht ja jetzt hin. Sag jetzt immer Hallo. So. So, Leontine, zurückkommen. Reicht jetzt. Digga, das ist ja voll peinlich. Leontine, komm mal her. Stumm und zurück. So. Ey, du hast ja richtig durchgezogen. Du bist auch stumm. Du bist schon ganz rot. Das ist ja total lustig. Jetzt zieht ja voll durch. Okay. Wieder auf laut. Digga, Marvin! Was ist denn? Ich hasse dich. Wieso? Ey, Leute, die Family ist das geilste, was es gibt. Leontine, du bist echt super. Komm, wir gehen mal weiter. So, ich drücke jetzt die Taste 5. Fünf ist Einkaufswagen. Fünf ist Einkaufswagen holen. Hallo, fünf ist Einkaufswagen holen. Sag mal, spinnt die Fairbedienung ein bisschen? Sind die Batterien leer? Nee. Hallo, fünf! So, Stumm ist aufgehoben. Komm mit. Digga, was soll ich mit den beiden? Bist du dumm oder so? Hallo, Ruhe jetzt. Mitkommen. Komm mit, Digga. Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo. Ganz wichtig. Kauft den Merch, Leute. 9. 3. 10 Uhr auf lukasbs.de, Leute. Ihr seht gerade, alle sind Sachen dazu eingebendet. Und um 10 Uhr kommt auf der Story Online. Richtig wichtig. Let's go. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erst mal. Leontine kann jetzt erst mal drei Playstation kaufen. So, Leute, hier sind die Playstation. Leontine, kommst du mal schneller? Ich würde gerne die Playstation hier haben. Kaufst du mir die? Alle. Digga, willst du mich verarschen? Stopp, Ruhe jetzt. Einpacken. So, Leute, wir packen jetzt. Allein sehen wir uns gleich. So, Leute, Playstation sind alle aufgeladen. Ich krieg den Stumm. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Ey, das ist richtig geil, Leute. Das macht so Spaß, dieses Video. Schreibt mal in die Kommentare, wie es bis jetzt findet. Es wird noch lustiger. Glaub mir. So, Leontine. Bist wieder auf laut gestellt. Hast du Bock, alles zu bezahlen? Ich hasse dich! Stumm, 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 stumm. Und mal ganz leiser, Leute. Ich muss erst mal runterfahren. Ganz leise. So, jetzt redest du aber leid. Ganz leise. Ich hasse dich. Ja, ja, so ist gut. Leontine, du musst jetzt alle Playstation kaufen. So, bleib mal hier stehen. Hallo, wir sind noch gar nicht an der Reihe. Bisschen lauter, aber nicht zu laut. Marvin, wenn ich die... Ja, ein bisschen leiser und anstellen, Leontine, bezahlen. Marvin, wenn ich die Fernbedienung habe, ich werde dich so auseinander... Ja, ja, jetzt stell dich erst mal an und kaufe erst mal alle Playstation hier. So, ey, das ist so krass, Leute. Ich hasse dich. Let's go, wir müssen... Leontine fährt jetzt erst mal alle Playstation. Ich habe die Fernbedienung in der Hand, das heißt, ich kann die steuern. Und ich mache... Ich hasse dich. Ruhe jetzt, stumm geschaltet und erst mal die alle aufs Band packen, Leute. So, Leute, Dinger sind jetzt alle gekauft. Marvin, ich hasse dich so sehr. Rumgeschaltet. Digga, so, Digga, ist ja nur nervig heute. Ich weiß auch gar nicht, was mit der Fernbedienung heute los ist. Dann haben wir jetzt alles bezahlt, 2228 Euro muss Leontine zahlen. Stumm, Ruhe jetzt, stumm, nicht bewegen. Digga, heute die Fernbedienung macht nicht wachsen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Auto und sind gleich beim nächsten Laden. So, Leute, wir sind jetzt hier beim Candy Store in Ludwigshafen. Dann kommen wir gerne noch vorbei. Ich habe hier die Fernbedienung an den Start. Leontine, jetzt geht es wieder ab. Hast du Bock? Nein. Ich drücke mal auf ja. Ja. Warte mal, die Lautstärke muss ich auch volle Pulle machen. Hast du Bock? Ja. Okay, dann würde ich gleich erstmal stumm schalten. Jetzt gehen wir erstmal rein da. Rein. Hallo, kein Tanz hier. Hallo. Da ist gleich ein Zuschauer, da frage ich ihn nach dem Foto und sag so nein. Dann drücke ich die Taste 8, das ist nein. Wenn ein Zuschauer kommt, 8, Taste 8 ist nein. So. Du gehst jetzt zu dem hin und fragst ihn, ob er was herkommt, was er von dir will. So. Was willst du von mir? Ich kenne die Familie. Nein. Ich habe die Nein-Taste gedrückt, immer Nein sagen. Nein, 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 nein. Okay, das war sehr gut. Stopp, stumm. So. Hier, hallo, hinlegen auf den Boden. Aufstehen. Entschuldigung, hast du den Boden geputzt? Rechts. Rechts auch, ja. Okay, aufstehen. So, Leontien. Taste. Ich steuer dich erstmal. Nach da hinlaufen. Rechts. Genau, geradeaus. Rechts. Hallo, nichts anpassen. Rechts, rechts. Und hinterm Tresen. Stumm. Dahinter. Dahinter. So. Hier hinstellen, weiter. Hallo, stell dich mal. Nicht auf den Stuhl. Nicht auf den Stuhl runter. Gerade hinstellen. Hoffentlich wirst du nicht erwischt. Oh, oh, oh. Was machst du da? Taste dr- Vier. Ist verboten. Raus hier. Vier. Hallo, vier springen. Ist verboten. Raus mit dir. Okay, geh raus, Leontien. Ey Leute, lass mal schnell abhauen hier. Das gibt richtig Ärger. Oh mein Gott. Oh, oh. Ich muss die Polizei. Oh, oh, Leute, wir sind auf. Nein. Ey, lass jetzt lieber mal entschuldigen bei dem, okay? Mhm. Ey, es tut uns echt leid hier. Hör auf jetzt hier. Eine Woche jetzt Hausverbot für euch beide. Digga, eine Woche Hausverbot für euch beide. Digga, eine Woche Hausverbot für euch beide. Stumm, 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 Stumm. Komm mit. Ja, okay, wir gehen. Shit, ey. Hallo, stopp, stehen bleiben. Digga, wir haben Hausverbot hier. Auf Ton und leise. Leiser reden. Digga, ich hasse dich. Digga, Leute, wir müssen jetzt weitergehen. Wir haben ein Candy Shop Hausverbot. Schreibt denen mal, dass wir wieder rein dürfen. So, Leontin. Ja? Ich kann nicht ja fernsteilen hier. Lauf mal weiter. Guck mal, wo wir sind am See. Nein, oder? Doch. Jetzt wird's richtig nice, Leontin. So. Ich hab hier die Pferdmedienung. Du musst laufen. Digga, es sind minus ein Grad draußen, Leute. Es ist richtig kalt. Und der Leontin muss jetzt erstmal hier zum See laufen. Ton an, Leontin. Denkst du, was wir jetzt machen? Nein, Digga! Sturm aus, aus. Digga, so, Leute. Guck mal, hier ist der See. Und ich würd sagen, jetzt wird's richtig krass. Ich mach's einmal so, dass Leontin jetzt am See schwimmen muss. Ja, das ist wirklich richtig kalt draußen. Das macht er jetzt. So, ich hab da jetzt richtig Bock drauf. Oh mein Gott. Digga, Leute, guck dich's mal an hier, den See. Es ist so kalt. So. Weiter. Oh. So, jetzt kontrollier ich dich. Nein. Doch. Ey. Weiter. Ey. Weiter. Weiter. Gib mir die Kamera. Leontin, bitte nicht. Gib mir die Kamera. Okay, ey, was muss ich machen? Laufen. 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 Und jetzt spring rein. Erleben Sie rein. Spring rein. Ey, komm. Meine Schuhe. Reinspringen. Mach Köpper. Mach Köpper. Mach Köpper. 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 Mach einen Köpper. Ey, Bro. Ey, bitte. Weiter. Wieder rein. Wieder rein. Wieder rein. Wieder rein. Na. Oh, bitte. Ey, ich sink hier schon ein, es ist so kalt. Bitte. Sturm. Ja. Oh. Du darfst ja auch. Du darfst raus. Du darfst raus. Oh mein Gott. Oh. Oh. Oh, Junge. Oh. Oh, es ist so kalt. Oh mein Gott. Ich friere so. Oh, Junge. Sturm. 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 Habe ich gesagt. Okay, das reicht. Oh. 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 Vorwärts. Oh, Digga. Es ist so kalt. Bro. Digga, guck mal. Ich bin komplett nass. Vorwärts, vorwärts. Digga. Oh, Digga. Oh, ey. Leotin, ich hasse dich dafür. Ich hasse dich über alles. Digga. Was kann ich denn dafür, dass du die Fernbedienung fallen? Oh, ich habe einfach die Fernbedienung fallen gelassen, Leute. Ey, es ist mir so kalt. So, Leute. Let's go. Let's go. Acht ist. Auf den Boden legen. Ja. Eins ist. Aufstehen. Aufstehen. Stopp. Sturm. Sturm. Mitkommen. So, Leute. Ich habe jetzt eine richtig gute Idee. Wir gehen jetzt. Hallo. Haut. Stopp. Stehen bleiben. So. Let's go, Leute. Wir gehen jetzt erstmal hier bei DM rein. Und ich würde sagen, dann habe ich da schon richtig Lust für die Folgen. Sturm. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier gucken. Leontin, komm mal her. Oh, hier sind schöne Sachen. Komm mal her. Hallo. Nicht bewegen. So, wir nehmen jetzt erstmal hier so einen Lippenstift. Und dann würde ich sagen, können wir Leontin mal ein bisschen schminken. Hallo. Oh ja, der ist gut. Nicht bewegen. So, Leute. Da Leontin jetzt stumm ist. Arm hoch machen. So. High five. Nicht bewegen. Komm mal her. So, sehr gut. Nicht bewegen. Ich würde sagen, den packen wir jetzt auch erstmal wieder zurück. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir finden, dass Leontin... So, Leute. Wir sind jetzt schon draußen. Leontin ist noch auf stumm geschaltet. Und ich würde sagen, die Stumm-Taste, die klemmt langsam bald. Wir müssen das auf jeden Fall nochmal ein bisschen ändern. Damit wir auch nicht immer die ganze Zeit die Stumm-Taste drücken müssen. Weil man auch mal mit der Stumm-Taste aufhören kann. Ja. Sollte ich sagen, bevor wir die Stumm-Taste jetzt ausmachen. Ähm. Leontin, beide Arme hoch. Genau. Er gibt dich. So. Und jetzt habe ich da extra noch Babypflaster gekauft. Hallo, du bist auch stumm geschaltet. Du bist ruhig mit hier. Ich würde sagen, hier, nimm mal zwei Pflaster und kleb die mal beide auf deinen Mund drauf. Soll man Pflaster auf den Mund draufkleben, damit hier Ruhe ist. So, Leute. Dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ich noch so als nächstes machen soll. Ist ja echt super gut. Genau. So ist gut. So ist super. Okay, so geht's. Okay, Leute. Ich würde sagen, das reicht erstmal. Lass mal so. Komm. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Ja. So. Ich hab... Ja, komm jetzt. Wir schalten die... Die Stumm-Taste schalte ich jetzt aus, aber du musst leise reden. Mama. Stumm-Taste ist aus, ja. Mama. Ja. Marvin. Stumm... Ey, hallo. Ich habe mich zu sehr abwaffen. So, wir sind jetzt hier im Smith-Toys. Ich würde sagen, bleibt mal hier stehen. Stopp stehen, bleibt umdrehen. Nicht bewegen. So, Leute. Ich habe das jetzt hier eingestellt. Ich würde sagen, jetzt spiele ich mal mit Leontien Hulorup. Nicht bewegen. Ist ja total lustig. Ey, nicht bewegen hier. Haha, treff mal. Ich gucke, ob ich auch mal weiter hinten treffen kann, Leute. Let's go. Hallo, nicht bewegen. Ey, Leontien, lass die Hände mal gerade. So, Leute. Was meint ihr? Treff ich ja oder nein? Okay, warte, fast. Ich versuche es nochmal, Leute. Jetzt mal ein bisschen kleiner im Reifen. Nicht bewegen und nicht lachen. Nalo, stopp. Du bist umgeschaltet. Digga, einfach stimmt mit der Family heute nicht. Okay, fast. So, Leute. Wir sind jetzt hier im Auto. Ich habe hier die Fernbedienung. So, Leontien. Ich würde sagen, du hast einen Teller. Einfach hoch. Ja, den Teller auf den Schoß. Sahne auf. So. Sahne auf den Teller drauf. Ganz viel. Oh ja, das reicht. Stopp. Alter, Leute. Guck mal. Ich habe jetzt eine richtig gute Idee. Jetzt aussteigen. So. Ey. Was denn? Digga. Nimm die Sahne mal in der Hand und komm mal mit. So, Leontien. Ja. Jetzt haust du die Sahne in dein Gesicht rein. Nein. Doch. Digga, Bruder. Und 3, 2, 1, los. Ha. Sieht das lustig aus? Leute, schaut mal wie der aussieht. Guck mich mal an. Leute, schreibt mir in die Kommentare wie ihr das findet. Ich sehe nichts. Wie schmeckt die Sahne? Hahaha. Das ist ja so lustig. Leute, ich würde sagen, schreibt mir in die Kommentare wie ihr Leontien findet. Komm, Leontien machen ein Foto. Leute, schreibt mir in die Kommentare. Ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter. Sehen wir uns gleich wieder, Leute. Let's go. Guck wie du aussiehst. So, Leute. Das war's mit der Pause-Challenge. Ich hab keine Lust mehr. Ich geb auf. Lastenfetten auch noch oben da. Kauft den Merch. Denkt dran, Leute. 9.3.10 Uhr auf BlueCastBS.de, Leute. Gibt's den Merch mit Autogrammkarten von Alquimix, Paulberger Limo. Goldenes Ticket könnt ihr gewinnen. Und eine CD, Leute. Und dann kommt auch noch raus. Und Hoodie Bundle, Hoodie oder T-Shirt, Leute. Seid einfach immer schnell. Gönnt euch den Merch. Ich würde sagen, ciao, ciao. Check Leontien ab. Tschüss.